Hi, liebe Fighting.de-Fans und herzlich willkommen zu einem neuen Interview heute mit David Piszczaczek. David P. Schön zu sein, danke sehr. Danke, dass du da bist. Extra gekommen aus Aachen über Köln und jetzt hier in Frankfurt. Vielen Dank. Zum Einstieg, du bist ein Kämpfer, der viele Spitznamen hat. Ursprünglich mal Saitama. Ja, jetzt Leinhardt und wie ich von deinem Konditionstrainer mitbekommen habe, auch der schöne David. Was steckt dahinter? Erzähl mal. Ja, es ist, glaube ich, am Anfang der Karriere war das immer so, okay, kommen immer alle Leute mit irgendeinem Namen und sagen, ja, das ist das, das ist das. Saitama war damals von so einem Anime, so einer Serie One Punch Man. Damals hatte ich mir nochmal eine Glatze gehabt. Und dann hieß es so, ja, das ist der One Punch Man. Dann sind Jahre nachgewachsen, das heißt irgendwie, der Name hat nicht mehr gepasst. Der schöne David war, glaube ich, immer so ein Witz. Ich glaube, der war eher so ein kleiner Joke von Chris. Aber dann, der Leinhardt-Name kam dann, als ich dann einmal auf der deutschen Meisterschaft oder mitteldeutsche Meisterschaft damals noch gekämpft habe. Und da bis ins Finale dann gekommen bin oder halt auch die mitteldeutsche Meisterschaft gewonnen habe. Und da am Ende wirklich nochmal auf den Mundschutz beißen musste und zeigen konnte, okay, ich kann technisch kämpfen, aber ich kann auch einfach mein Herz zeigen. Und deswegen hat dann der Chris auch wieder von ihm Leinhardt gesagt. Weil er meinte, okay, man hat gesehen, ich kämpfe wie ein Löwe. Das ist immer ein Klischee-Name, aber so letztendlich ist das irgendwie stehen geblieben. Das können wir auf jeden Fall bezeugen. Du hast schon dreimal gekämpft bei NFC und das auch unter Beweis gestellt. Bevor wir aber über deine Kämpfe sprechen, würde ich gerne mal so ein bisschen mehr über dich erfahren. Du hast, wie gesagt, schon dreimal bei uns gekämpft, aber so richtig, so viel wissen wir noch nicht über dich. Deswegen erzähl mal ganz kurz von der Pike auf. Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen und wie bist du zum Kampfspurt gekommen? Okay, also ich bin 25 Jahre alt jetzt. Ich bin 98 geboren. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Polen. Deswegen laufe ich auch immer stolz mit der polnischen Flagge ein. Einfach nur, weil ich auch viel Connection noch da habe. Ich bin auch immer in Polen da. Habe da einfach eine sehr tiefe Verbundenheit auch. Ich glaube, viele Leute wissen das auch, dass ich ein sehr gläubiger Mensch bin. Oder die Leute, die mich kennen, wissen das. Ich wohne in Aachen, also da in der Nähe von Köln, in der Grenze zu den Niederlanden und Belgien. Ich habe jetzt sechs Amateurkämpfe gehabt. Die habe ich alle gewonnen. Dann bin ich jetzt in meinem, kurz vor dem dritten Profikampf. Ich bin bisher noch ungeschlagen. Und ja, was soll ich sagen, zum Kampfsport gekommen ist eigentlich eine lustige Geschichte. Als ich dann fertig mit dem Abi war damals, war ich ein Jahr unterwegs in östlichen und südlichen Afrika. Und da dachte ich mir so, ja, okay, komm, ein bisschen Verteidigung, Selbstverteidigung wäre gar nicht mal so schlecht. Dann hatte ich da ein halbes Jahr Thai-Boxen gemacht, auch in Aachen. Dann war ich ein Jahr weg, aber das war die ganze Zeit in meinem Kopf. Habe auch in Afrika immer ein bisschen mehr trainiert. Und dann, als ich wiedergekommen bin, war wirklich Vollgas. Also ich war dann, glaube ich, ein Jahr unterwegs. Ich war dann 19, als ich wiedergekommen bin und seitdem eigentlich nur am Trainieren dann. Was hat dich da so gecatcht in dieser kurzen Zeit, dass du gesagt hast, okay, ich mache direkt weiter? Ich glaube, ich habe einfach gemerkt, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich habe damals viel trainiert, also dieses typische Pumpen gemacht und sowas. War dann eine Zeit lang auch auf 110 Kilo. Also hat mich richtig hochgefressen da. Ich war derjenige, der auch in der Schulzeit schon damals, irgendwie, ich war 15 Jahre alt, ich kam da mit meinem reißenden Hähnchen um 8 Uhr oder sowas. Hatte auch schon immer diesen Bezug zu Disziplin und Sport und allem. Aber es war, glaube ich, einfach nicht das Richtige. Das war irgendwie so, okay, es ist einfach nur, ich gehe pumpen und ich gehe viel essen und das war's. Und als ich dann die ersten Male so wirklich gekämpft habe auch oder halt Sparrings gemacht habe und was weiß ich so gesehen habe, was wirklich Kampfsport ist, dann ist es die ganze Zeit stecken geblieben. Also es war einfach so, ich habe gemerkt, ich bin einfach dafür gemacht. Warst du Disco-Pumpe oder hast du auch Beine trainiert? Ne, habe auch Beine trainiert, habe auch Beine trainiert. Aber ich glaube trotzdem immer, der Fokus war, sagen wir, ich war fünfmal die Woche pumpen oder sechsmal die Woche pumpen, waren fünfmal Oberkörper, einmal Unterkörper. Also dieses typische Einmal reicht, aber so letztendlich habe ich schon alles trainiert. Gab es einen bestimmten Grund, warum du es gemacht hast? Also einfach, weil du fit sein wolltest oder hattest du auch irgendwie das Bedürfnis, irgendwie zu sagen, hey, ich bin stark, Jungs, lass die Finger von mir oder? Ne, das ist eigentlich gar nicht so sehr. Ich hatte jetzt nie so das Bedürfnis, von außen hin zu zeigen, okay, ich bin ein Motherfucker, ich kann allen zeigen, wer ich bin oder sowas. Ich glaube, es war einfach so, ich war 15, als ich angefangen habe zu pumpen, ein bisschen jugendlich, man weiß nicht, wo man hingeht, so ein bisschen entweder die schiefe Bahn nehmen oder was weiß ich und dann einfach dem Sport immer mein Leben gegeben und das hat mich bis jetzt immer gut begleitet. Was du vorhin gesagt hast, ist, Disziplin ist etwas, was dir gut liegt, was dir gefällt und du bist auch sehr gläubig. Hilft es dir dabei, auch diszipliniert zu bleiben? Du hast vorhin gesagt, bevor die Kameras gelaufen sind, du stehst jeden Morgen um fünf Uhr auf. Ja, also ich muss sagen, dieser Glaubensaspekt und der Kampfsport, das geht in einem über für mich tatsächlich. Also wenn ich sage, ich stehe jeden Morgen in der Woche um fünf Uhr auf, dann heißt das auch wirklich jeden Morgen nicht nur so zweimal die Woche oder dreimal die Woche, sondern wirklich fünfmal die Woche. Samstag, dann kann ich leider, kann ich zum Glück immer etwas länger schlafen, aber ich stehe wirklich jeden Tag so früh auf und mache immer mein Training morgens, gehe dann zur Arbeit und dann mein Training abends. Es gibt gar keine Ausreden, ich widme mir mein Leben komplett diesem Sport letztendlich, so gut ich das kann. Und da hilft mir der Glaube natürlich extrem, mir einfach diese Kraft zu geben, einfach zu wissen, okay, gerade ist es schon hart, es ist nicht leicht, immer so früh aufzustehen und dann einfach zu wissen, okay, es gibt einen Plan von Gott, der für mich hingeschrieben wird, der für mich hingelegt worden ist und ich muss den nur befolgen. Und einfach, wenn ich daran bleibe und daran glaube, dass das der Weg ist, dann wird das auch so passieren. Wie schafft man das, dass man nach diesem Plan geht oder auf dem Pfad bleibt, der einem vorgelegt wurde? Ja, ich würde sagen, also dadurch, dass ich halt so gläubig bin, es ist halt viel Gebete mit Gott, viele Gespräche mit Gott, die ich immer suche und habe das Gefühl einfach, mein Herz hat letztendlich irgendwie so ein Gehör, diese Stimme Gottes zu hören. Auch wenn sich das immer wieder klischeeartig anhört und alles, aber so fühlt es sich einfach für mich an. Ich habe keine Zweifel an diesem Weg, das ist einfach so. Du hast gesagt, du lebst für den Kampfsport. Machst du das hauptberuflich, also kämpfst du nur oder machst du noch irgendwie nebenberuflich irgendwas? Leider nicht, sonst würde ich niemals in meinem Leben um 5 Uhr aufstehen, das sage ich ganz ehrlich. Ich habe schon allen Leuten gesagt, ich mache nämlich eine Ausbildung als Physio jetzt gerade noch. Sobald die fertig ist, egal was, ich werde nie wieder um 5 Uhr aufstehen. Ist mir scheißegal. Ey, selbst wenn ein Flug um 5 Uhr morgens geht, nehme ich einen anderen Flug, ist mir egal. Ich stehe nicht mehr so früh auf. Also es ist gerade einfach noch die Phase, wo ich weiß, okay, ich habe jetzt gerade zwei Sachen am Laufen. Aber der Fokus ist, ich bin jetzt kein Physio, der kämpft, sondern ich bin ein Kämpfer, der noch nebenbei eine Physio macht. Und mein ganzer Fokus ist trotzdem noch einfach auf dem Kampfsport. Das heißt, du stehst morgens auf um 5 Uhr, trainierst und gehst dann zur Arbeit. Genau, richtig. Dann ist die Arbeit vorbei, dann entweder direkt wieder zum Training oder ich habe eine kurze Pause dazwischen und dann zum Training. Und wieso hast du dir Physio ausgesucht? Ich hatte tatsächlich, also als ich dann aus Afrika wiedergekommen bin, hatte ich schon mal studiert, hatte dann einen Bachelor jetzt in Gesellschaftswissenschaften gemacht. Das war eigentlich ganz cool, aber dann kam halt dieser Fokus mit dem Sport auf mich zu und dann hatte ich mich einmal verletzt. Und dann habe ich so gemerkt, ey, wenn man so Physiotherapie macht, das ist eigentlich ganz cool, auch eine coole Connection zum Sport. Da war ich auch nur so noch ein Amateurkämpfer und dann hat sich dann irgendwann der Weg gemacht, okay, zum Profi. Aber da hat die Ausbildung auch schon angefangen, als ich noch ein Amateur war und war so, ey, das lässt sich super gut kombinieren. Das hilft mir auch selber viel. Ich war jetzt letztens ja auch verletzt und konnte mich da selber sozusagen behandeln und die Connection ist einfach geblieben. Cool, also wir sprechen auch gleich noch über deinen nächsten Kampf. Ich würde aber gerne einmal über deine bisherigen NFC-Kämpfe sprechen. Es war einmal Amateur bei den Contenders und zweimal eben Profi. Okay, und deinen ersten NFC-Kampf hattest du bei den Contenders 2022 gegen Markus Gronberger. Den hast du gewonnen. Erzähl mal ganz kurz, wie hast du einen Kampf in Erinnerung? War ein lustiger Kampf, wenn ich jetzt so zurückdenke, weil es war, dass ich eigentlich einen anderen Gegner hatte auf 84 Kilo. Und dann irgendwie eine Woche vorher habe ich einen anderen Gegner bekommen, weil der abgesagt hat. Und dann hieß es, okay, die wollen aber nicht auf 84 Kilo kämpfen, sondern, ich weiß nicht, 81,5 oder 81 Kilo war das oder sowas. Ein komischer Catchweight. Und dann hieß es für mich, okay, entweder kämpfst du jetzt. Zu der Zeit lief ich so mit so 87 Kilo rum und dachte, okay, die drei Kilo mache ich auch mit Waage am gleichen Tag, ist eigentlich kein Problem. Und dann hieß es auf einmal, okay, jetzt musst du auf 81 Kilo. Und dann hieß es für mich so scheiße. Und dann war aber entweder kämpfst du oder du kämpfst nicht. Und dann war so, ja, ich habe nicht die ganze Kraft da reingesteckt, um am Ende nicht zu kämpfen. Das hieß, okay, ich habe mich entschieden, diesen Weightcut dann auch nochmal zu machen. Es waren dann, glaube ich, sechs Kilo am Ende. Und die Waage war ja am gleichen Tag. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich wie jetzt bei der nächsten Veranstaltung Zeit habe, aufzuladen, sondern war einfach noch voll dehydriert. Habe den Kampf dann auch dementsprechend nicht gut bewältigt, würde ich mal sagen. Also bin stark in die erste Runde reingegangen, habe viel überpaced auch. Habe dann gemerkt, okay, ich konnte gar nicht regenerieren, weil mein Körper auch nicht in der Lage war. Meine Arme waren voll, ich war komplett am Arsch so letztendlich. Und dann habe ich dann halt trotzdem den Kampf in der zweiten Runde, war das, glaube ich, gefinished durch eine Triangle, weil ich dann halt auch meinem Namen gerecht dann wieder Herz gezeigt habe und war einfach so, okay, egal welche Herausforderung kommt, ob der Weightcut scheiße läuft oder was auch immer, ob du in einer anderen Gewichtsklasse bist oder was auch immer, man kann immer noch was rausholen, indem man auch einfach manchmal nur Herz zeigt. Und wenn Topology nicht lügt, dann hast du dich danach dazu entschieden, ein Profi zu werden, richtig? Ne, danach hatte ich noch, also ich hatte insgesamt sechs Amateurkämpfe, die sind halt alle nicht bei Topology. Ich hatte die ersten drei auf der GEMA, also bei der Mitteldeutschen, dann bei NFC. Dann hatte ich noch... Cage Warriors noch. Genau, dann hatte ich zwischen Cage Warriors und NFC noch einen Kampf bei uns, bei USC, also in Aachen. Das war so eine lokale Veranstaltung. Das war auch eine Veranstaltung mit vier Unzen ohne Schienbeinschoner und alles. Da habe ich dann gegen Aslan Bagayev, glaube ich, gekämpft. Den kennt man, glaube ich, auch aus dem Spitfire. Da habe ich den auch in der zweiten Runde dann gefinished. Und dann hatte ich noch einen Kampf bei Cage Warriors in Eindhoven. Und da habe ich dann auch gegen jemanden gekämpft, der, glaube ich, 4-0 war oder 5-0. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Aber die Kämpfe waren nicht alle gut eingetragen. Und dann irgendwann wollte ich eigentlich noch weitere Amateurkämpfe machen, bis ich gemerkt habe, okay, irgendwie haben sich keine Gegner mehr gefunden. Es war immer schwer. Ich habe am, sage ich, vierten, zweiten gekämpft. Die nächste Veranstaltung war am 18.03. Dann hieß es, ja, wir finden keinen Gegner für dich. Was ist, wenn du im September wieder kämpfst oder so? Da finden wir einen für dich. Und ich will eigentlich immer sehr aktiv bleiben. Ich will nicht nur einmal im Jahr kämpfen oder zweimal. Dreimal ist das Minimum für mich. Und vor allem, wenn ich merke, okay, ich komme verletzungsfrei aus Kämpfen raus, dann kann ich eigentlich direkt wieder kämpfen. Und dann, als ich dann gemerkt habe, okay, diese ganze Politik geht mir irgendwie auf den Sack, dann brauche ich einfach mal was Handfestes. Da hatte ich dann Kontakt mit meinem Management aufgebaut schon. Und dann war der nächste Schritt gewagt. Man muss dazu sagen, wenn das im Amateurbereich schon so anfängt, mit der ganzen Politik im Profibereich, ist es nicht einfacher. Ich kann mir auch vorstellen, beziehungsweise ich weiß, dass es so ist. Es ist jetzt schon schwierig, anständige Gegner zu finden für dich. Und dann kam aber der Schritt eben zu den Profis bei NFC 14 gegen Ali Simmo. Erzähl mal, wie ist der Kampf gelaufen? Und auch lustige Geschichte, weil jetzt fällt es mir ein, gegen ihn hätte ich auch schon mal kämpfen sollen. Bei den Amateuren da. Aber erinnere mich. Ich glaube, das ist sogar der Kampf, der bei den Contenders dann ausgefallen ist. Und deswegen hatte ich einen neuen bekommen. Bin mir aber da nicht mehr so sicher. Das muss ich nochmal nachgucken. Ja, es war dann, dass ich mit meinem Management halt im Kontakt war. Und dann hieß es so, okay, wo kann man kämpfen? Okay, es war dann zeitlich gesehen, war NFC einfach am nächsten dran. Und dann guter Kontakt hier. Und dann war ich auch damals oft im NFT beim Training. Das hieß so, okay, ich war jetzt kein unbeschriebenes Blatt. Irgendwie so vom, natürlich kein großer Name, aber man hat schon mal gesehen, okay, wer ist da? Und dann hieß es für mich, okay, wir machen den Kampf. Dann wurde ja das Event kurzzeitig irgendwie verschoben mit Glory zusammen und ihr musstet dann im Ring kämpfen. Genau, dann haben wir im Ring gekämpft. Aber da lief eigentlich alles gut. Hatte so ein bisschen gemerkt, okay, ein paar Sachen liefen anders als im Ring, als im Oktagon. Das ist halt einfach ganz normal. Aber so den Kampf konnte ich ja dann auch in der zweiten Runde finishen durch We're Naked Choke. Hatte gute Erfahrungen damit gemacht. Und ja. Und dein zweiter Kampf war dann direkt bei der nächsten Veranstaltung, NSC 15 gegen Malek Misaev. Richtig. Zu dem Zeitpunkt ein bisschen erfahrener als du. Ja. Wie lief der Kampf? Ja, der war zum Beispiel, lief sehr gut nach meiner Auffassung. Also ich habe, das meinte ich ja auch eben, ich will sehr aktiv bleiben. Ich war bei NFC 14 und dann bei NFC 15. Also eigentlich will ich immer wieder weiter kämpfen. Und habe mich sehr gut gefühlt. Also sehr, sehr sharp, sehr gut in Form. Also ich bin eigentlich immer sehr gut in Form. Aber da war nochmal einfach ein nächstes Level erreicht worden. Und den Kampf habe ich ja dann in der dritten Runde durch TKO, glaube ich, gefinisht. Und konnte gut in den Kampf finden. Natürlich macht man Fehler. Natürlich gibt es manche Sachen, die nicht so gut laufen. Das ist ja ganz normal. Ist ja nicht so, als würde da irgendein Busfahrer hinkommen und sagen, okay, ich lasse mich jetzt mal hauen und dann gehe ich nach Hause oder so. Der trainiert natürlich ja auch für mich mit. Also der trainiert ja auch gegen mich sozusagen und ich gegen ihn. Und da passieren da ein paar Sachen, die gut sind und ein paar Sachen, die schlecht sind. Aber grundsätzlich bin ich verletzungsfrei aus dem Kampf rausgekommen. Habe gewonnen und gefinisht. Und das war eigentlich die Hauptaufgabe. Du hast im Postfight-Interview dann über das Aachen-Special geredet. Erzähl mal kurz, was das ist. Ja, es ist so ein kleiner Insight-Joke von mir und meinen Coaches und meinen Freunden halt auch da. Dass wir Calf-Kicks halt einfach sehr gut gedrillt haben. Dass wir da einfach so eine kleine Aachen-Special haben wir das dann einfach genannt. So eine kleine Setup haben, wo wir sagen, okay, damit können wir gut Kämpfe beenden. Oder gute Sachen auch Setup, also gutes Setup dafür entwickeln. Und man hat es ja auch gesehen in dem Kampf, dass ich dann irgendwann durch diese Calf-Kicks sehr viel Aufmerksamkeit von meinem ehemaligen Gegner auf diese Calf selber gesetzt habe. Und dann halt weiterarbeiten konnte. Und das ist halt einfach ein guter Gameplan, den man dann da formuliert hat und dann ich auch exekutiert habe. Wie würdest du deinen Kampfstil generell beschreiben? Zu Beginn meiner Karriere würde ich auf jeden Fall sagen, war ich eher so der, okay, lass mich schnell auf den Boden und dann irgendwie grabbeln und dann irgendwie da einen Finish suchen. Aber mittlerweile würde ich mich als starken Allrounder auch bezeichnen. Vor allem auch, eigentlich fühle ich mich in keinem Bereich irgendwo mehr unsicher. Ich habe das Gefühl, ob der Kampf jetzt im Stand ist, ist eigentlich nice. Oder ob der Kampf am Boden oder im Ringen ist oder ob das am Ende doch ein Kampf ums Herz geht. Ich bin eigentlich für alles bereit dafür. Also es gibt keine Lücke in meinem Game. Wenn ich schon so viel trainiere und so viel Mühe da reinstecke, dann gucke ich auch selber sehr selbstreflektierend und mit meinen Coaches im Gespräch auch immer darauf, habe ich irgendwelche Lücken? Wo kann ich daran arbeiten? Ist es der Vorwärtsgang? Ist es der Rückwärtsgang? Kann ich mich seitlich besser bewegen? Wir arbeiten an allen kleinen Lücken, damit ich halt ein kompletter Kämpfer werde. Du hast im Postfight-Interview danach dann eben auch gesagt, nächstes Jahr könnt ihr noch viel mehr erwarten, dass wir erst anfangen. Erzähl mal, was kann man 2024 von David Piszczek erwarten? Genau, ich wollte ja eigentlich im Dezember letztes Jahr noch kämpfen. Da hatte ich mich dann kurzzeitig verletzt, am Außenband, am Knie. Das ist zum Gott. Gott sei Dank geht es alles wieder gut. Aber ja, es ist jetzt die nächste NFC-Veranstaltung war im Februar danach. Den konnte ich leider wegen dem Knie noch nicht ganz mitmachen. Jetzt ist natürlich erstmal der 30. Dritte mein totaler Fokus. Also ich bin eigentlich niemand, der so irgendwie sagt, okay, danach mache ich das, danach mache ich das. Sondern ich habe meinen kompletten Fokus auf den 30. Dritten. Es gibt keinen ersten Vierten in meinem Kopf. Es gibt nur diesen 30. Dritten. Aber natürlich will ich den Kampf vorzeitig beenden. Ich will einen guten Kampf geben. Ich will nicht verlieren. Ich werde nicht verlieren. Ich werde nicht verletzt sein. Und dann von da aus direkt beim nächsten Event wieder weitermachen. Dann ist es Mitte des Jahres, glaube ich. Dann habe ich zwei Kämpfe und am besten viermal wieder kämpfen. Was mir gerade einfällt, ist der 30. Dritte ist der Ostersamstag. Das heißt zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Für dich als gläubiger Mensch, spielt das irgendeine Rolle? Oder muss man das dann in dem Fall ausblenden? Es war schon eine Entscheidung, die mir auch, also ein Gedanke, der in meinem Kopf auch war. Es war nicht so leicht, einfach direkt zuzusagen. Auch einfach wegen der Osterzeit. Vor allem auch in Polen wird das riesengroß gefeiert immer. Es ist immer viel mit der Familie. Es ist die Fastenzeit auch gerade. Es ist dann natürlich immer ein bisschen so schwer für mich auch dann. Aber wenn ich dann weiter daran denke, okay, das, was ich gerade mache, ist Gottes Plan, auch einfach auf einer Bühne zu stehen und irgendwie den Glauben zu repräsentieren im direkten Sinne, dann kann das nicht falsch sein. Und so sehe ich das halt. Wie siehst du denn generell deine Rolle im deutschen MMA? Ich würde sagen, ich bin jetzt gerade so ein, ja, wie soll man das sagen, so up and coming. Also ich bin ja jetzt gerade bei 2-0, habe jetzt zwei Kämpfe bestritten, jetzt am 30. Dritten halt den Dritten. Und sehe mich in der Rolle eher so wie jemanden so, okay, den will ich mal im Auge behalten. Und wenn ich den Kampf jetzt gewinne, den nächsten, dann sagt man, okay, so jetzt ist so der nächste Schritt gewagt. Jetzt davor ist der Tyrone, ist glaube ich auch 2-0. Ich bin 2-0 derjenige, der den Kampf gewinnt und ich tue alles, dass ich das werde. Der hat so die nächste Stufe erreicht, so auch im deutschen MMA-Sport zu sagen, okay, der ist jetzt, gerade ist man so, okay, der ist up and coming. Und als nächstes sagt man so, okay, der ist die Zukunft vom deutschen MMA. Und das ist halt das, worauf ich hinaus will. Genau, also du hast auf jeden Fall einen Kampf bei NSC Frankfurt, der zum Showstealer werden kann gegen Tyrone Pfeiffer. Ähnlich wie du, auch 2-0, ein junges Weltergewicht mit sehr viel Potenzial. Was hat dich dazu bewogen, so früh sozusagen so einen starken Kampf anzunehmen? Weil es machen nicht viele, muss man dazu sagen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, viele Leute wollen dann wieder irgendjemanden haben, okay, der zum Verlieren kommt oder leichter zu schlagen ist vielleicht auch. Ich glaube nicht, NFC stellt keine Leute hin, die zum Verlieren kommen. Aber grundsätzlich gibt es ja immer, es gibt Levels. Ich glaube, Leute suchen sich immer dieses leichtere Level. Aber ich bin nicht dafür da. Also wie gesagt, ich will diesen Schritt gehen. Ich will groß hinaus. Und das heißt für mich, okay, gegen gute Leute zu kämpfen, sich gut zu beweisen, sich darzustellen, dass man zeigen kann, okay, ich habe es auch drauf, ist immer das Beste. Am Ende will ich nicht irgendwo sein und sagen, ja, okay, ich war ein Profi-MMA-Kämpfer, aber habe nur gegen irgendwelche Luschen gekämpft. Ich will am Ende zeigen, okay, ey, guck mal, ich habe gegen den gekämpft, gegen den gekämpft. Und ich habe auch noch dazu gewonnen. So baut man sich halt etwas auf. Was denkst du über Tyrone? Ja, das hat mich auch schon mal ein paar Leute auch gefragt und sagen, ja, das ist ein starker Kickboxer und so. Aber für mich ist das kein starker Kickboxer, sondern es ist ein starker MMA-Kämpfer. So, wir sind hier nicht mehr beim, okay, es gibt den Graveler, es gibt den Kickboxer oder sowas. Nein, wir sind alles MMA-Kämpfer. So, man muss alle Facetten dieses Games können. Ich weiß, er ist etwas kleiner als ich, der steht Southpaw, also mit dem rechten Bein vorne. Das heißt natürlich, auch da muss man sich ein paar Sachen angucken, ein paar Sachen verändern. Aber er ist ein starker, explosiver Kämpfer auch. Und ich weiß auch, dass er nicht zum Verlieren kommt, auf gar keinen Fall. Ich weiß, in seinem Kopf gibt es nur diese eine Option, okay, ich werde gewinnen. In meinem Kopf genauso. Und was passiert am Ende, werden wir am 30.03. sehen. Alles klar, wir sind auf jeden Fall gespannt auf den Kampf. Bevor ich dich vom Interview entlasse, ich habe noch vier Namen mitgebracht. Du kannst dazu ein Wort sagen, du kannst irgendwie einen Satz oder fünf Wörter sagen, was auch immer dir einfällt. Der erste ist, über den haben wir auch gerade eben schon gesprochen, gegen den du eigentlich schon kämpfen solltest, bei der letzten NSC-Veranstaltung, Farid und Schochnazorov. Ein Wort, ich würde einfach unglücklich sagen. Ich war auch wieder in Top-Form, ist irgendwie so passiert. Ich habe ihm dann auch geschrieben, ich so, ey, der Kampf ist ab, ich bin verletzt, tut mir leid. Dann war der nächste Kampf für jetzt den 30.03. Und da wurde mir der nicht angeboten, da wurde Tyrone mir angeboten. Ich habe direkt Ja gesagt und dann war das so. Alles klar, wer weiß, kann ja noch. Man weiß nie, was kommt. Er kann ja noch kommen, genau. Dann jemand, der auch ähnlich wie du steht, ist gerade 3-0, auch mit sehr viel Potenzial, Francesco Bocca aus dem OFD-Gym. Stimmt, der hat bei der letzten Veranstaltung gekämpft. Ich bin auf jeden Fall keiner, der irgendwie jetzt nach hier gekommen ist, um irgendwen schlecht zu reden oder sowas. Wenn du 3-0 bist, dann hast du es drauf, Punkt. Ich habe jetzt nicht viel zu ihm gesehen, nur seinen letzten Kampf, den hat er ja auch, glaube ich, gefinisht. Aber ich bin mir auch sicher, die Wege könnten sich auf jeden Fall mal kreuzen in der Zukunft. Okay, dann der nächste Name, sehr erfahren, auch einer der Aushängeschilder von NFC. Wladimir Holodenko. Sehr geiler Kampf einfach. Also ich weiß, ich habe schon mal mit dem auf einer Karte gekämpft, bei NFC 15, glaube ich. Da hat er gegen Sendeli gekämpft, genau. Und da habe ich ihn das erste Mal dann auch gesehen. Und man denkt sich natürlich auch immer so, ja, okay, weil der ist ja natürlich auch ein Aushängeschild von NFC. Man weiß ja auch, dass er ein großer Name ist, auch ein starker Kämpfer. Wie gesagt, ich komme nicht nach hier, um irgendwie runterzureden. Auch einfach ein geiler Kampf. Aber für mich gibt es halt gerade nur noch den 30.3. gegen Tyrone. Deswegen alles coole Kämpfe. Ich werde nie Nein sagen, gegen irgendwen zu kämpfen. Aber gerade in meinem Kopf ist das so, okay, du kannst auch Leon Edwards sagen. Ich sage geiler Kampf. Ja, wer weiß, kann alles kommen in der Zukunft. Deswegen ganz treffend. Der letzte Name ist, wir haben gerade eben schon besprochen, Tyrone Pfeiffer. Ich würde sagen, einfach nur Respekt an ihn. Aber es ist meine Zeit. Punkt. Alles klar. Dann wirklich die letzte Frage. NFC 18, Riesen-Event. Ausverkaufte Halle in Frankfurt zum ersten Mal. Über 5.000 Zuschauer. Mit David Piszaczek. Was macht das mit dir, wenn du daran denkst? Es wird geil. Also ich habe echt so, ich sehe die Version. Ich weiß auch, der Tyrone, der kommt ja hier auch aus der Gegend. Deswegen weiß ich auch, okay, vielleicht sind ein paar mehr Leute von ihm da. Das interessiert mich gar nicht. Ich weiß, die Stimmung wird geil. Ich weiß, ich werde einen geilen Kampf abliefern. Und alle, die da sein werden, können sich auf jeden Fall freuen. Alles klar. Dann David, vielen Dank für das Interview. Ich danke dir. Ich hoffe, die Leute da draußen konnten jetzt ein bisschen mehr über dich erfahren, dich ein bisschen besser einschätzen. Auf jeden Fall. Wir sind heiß auf den Kampf. Wie gesagt, könnte Schaustieler des Abends werden im Main Event. Max Müller. Nein, nein. Alles klar. Und natürlich auch ein heißer Kandidat für den Fight of the Night Bonus von DeFi Chain. Wer weiß. Genau, deswegen vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Vielen Dank. Super Interview. Super. Genau, und dann 30.03. NFC 18. Es gibt leider keine Tickets mehr. Ihr könnt euch nur noch das Pay-Per-View sichern. Übrigens mit dem Code DavidP20. Richtig. Bekommt den kleinen Rabatt. Checkt es ab auf Fighting.de. Genau, und dann sehen wir uns am 30.03. in Frankfurt. Prost. Prost.